Hallo und herzlich willkommen. Der russische Verteidigungsminister Scheugu hat in Telefonaten mit westlichen Amtskollegen erklärt, die Ukraine bereite den Einsatz von schmutzigen Bomben vor. In diesem Video erkläre ich kurz, was eine schmutzige Bombe ist, welchen militärischen Sinn ein solcher Einsatz überhaupt hätte und wie wahrscheinlich der Einsatz wirklich ist. Was ist die Ukraine? Die Ukraine kann einfach verschwinden und für eine Bombe verwendet werden, ohne dass es auffällt. Was ist überhaupt eine schmutzige Bombe? Eine schmutzige Bombe kann man sich vorstellen als Verseuchungswaffe. Es ist ein konventioneller Sprengkopf, der nukleares Material, strahlendes Material muss ich sagen, der strahlendes Material verteilen soll. Wichtig dabei ist, dass keine Kernexplosion stattfindet. Es findet weder Fusion noch Fission statt, wie bei einer üblichen Kernwaffe. Stattdessen ist es so, dass ein normaler Sprengsatz das Material einfach möglichst weit verstreut und die Wirkung dieser Bombe dabei damit entsteht, dass dieses Material selbst in der Regel toxisch wirkt, also wie ein Schwermetall den Körper durch seine Giftigkeit schädigt und andererseits natürlich durch seine Strahlung, Strahlenschäden von kleineren Erkrankungen hin über Krebs bis hin zur Strahlenkrankheit auslösen kann. Die Wirkung dabei muss klar gesagt werden, ist vor allem psychologisch. Der tatsächliche Schaden einer schmutzigen Bombe ist vor allem in der Angst begründet, der in dem Einsatz liegt. Denn um eine wirklich große Wirkung zu entfalten, muss man gewaltige Mengen an Sprengstoff und gewaltige Mengen an radioaktivem Material zusammenführen. Eins von beiden bewirkt nicht viel, weil wenig Sprengstoff, selbst mit viel radioaktivem Material nur eine beschränkte Wirkung hat, weil das nicht weit geschleudert wird und sehr viel Sprengstoff mit wenig radioaktivem Material verstreut ist zwar weit, aber damit verteilt es es auch so weit, dass die Wirkung wiederum relativ gering wird. Das heißt, eine schmutzige Bombe ist eine reine Einschüchterungswaffe, die keinerlei militärischen Wert hat und deren Schaden auf die Zivilbevölkerung tatsächlich ebenfalls überschaubar bleibt verglichen mit normalen Massenvernichtungswaffen. Praktisch seit Kriegsbeginn, muss man sagen, verbreitet die russische Propaganda Nachrichten von vorstehenden Angriffen der Ukrainern mit Massenvernichtungswaffen. Hierbei ist es so, dass die vor Kriegsbeginn Putin selbst noch erklärt hat, die Ukraine würde einen Angriff mit Kernwaffen vorbereiten auf Russland. Im April erklärte das russische Parteiungsministerium, dass die USA der Ukraine dabei helfen würde, einen False Flag Angriff vorzubereiten, um den Russen einen ABC-Einsatz vorwerfen zu können. False Flag, also ein Angriff unter falscher Flagge, das ist ein Angriff, bei dem man eine eigene Tat so begeht, dass sie dem Gegner in die Schuhe geschoben wird. Dass die Öffentlichkeit im Idealfall glaubt, der Gegner habe es begangen. Und ABC eben atomar, biologisch und chemisch, also Massenvernichtungswaffen in diesem Fall. Das ist also nur eine lange Reihe von russischen Vorwürfen, die in Richtung False Flag Angriffen geht, die False Flag Angriffe erwarten lassen. In diesem Fall würde also Russland der Ukraine vorwerfen, sie würde den Einsatz einer schmutzigen Bombe planen, um ihn möglicherweise selbst durchzuführen. Allerdings muss man sich fragen, wieso. Denn Russland kann nach seiner Doktrin, wenn es unbedingt will, schon jetzt Kernwaffen einsetzen. Es hat ja die die eroberten Provinzen der Ukraine annektiert und damit ist der Kampf auf russischem Staatsgebiet laut russischer Auffassung. Und dementsprechend kann es im Falle einer drohenden konventionellen Niederlage laut eigener Militärdoktrin bereits Kernwaffen einsetzen. Dazu ist es aber wohl so, dass diese Erklärung, die Ukraine würde den Einsatz von schmutzigen Bomben vorbereiten, wahrscheinlich Sorgen im westlichen Lager schüren soll. Diese Sorgen, dass eben die Ukraine vielleicht doch irgendetwas macht oder dass das Ganze damit nuklear eskaliert, was dann wiederum die Kräfte stärken soll, die einen schnellen Ausweg aus dem Krieg suchen und damit die Ukraine de facto zu einem Friedensschluss zwingen wollen, der natürlich zugunsten Russlands ablaufen würde. Also es ist davon auszugehen, dass der wirkliche Nutzen einer solchen Erklärung darin liegt, dass Russland hofft, die Unterstützung für die Ukraine zu erodieren. Denkbar ist allenfalls, dass, wie gesagt, dass Russland einen False Flag Angriff durchführt, um die eigenen Kernwaffen damit den Einsatz zu rechtferken international. Dies scheint allerdings extrem unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt, weil, wie auf diesem Kanal immer wieder gesagt, die Auswirkungen eines Einsatzes von Nuklearwaffen für Russland so verheerend wären, dass es eigentlich relativ irrelevant ist, ob es sich vorher einen Anlass dafür geschaffen hat. Das sollte zumindest nicht fundamental etwas verändern, da die entsprechenden Regierungen und deren Ansichten sind ja das Bedeutende, da die auch einen solchen Vorwand nicht als Rechtfertigung gelten lassen würden. Gerasimov, der russische Generalstabschef, hat diese Vorwürfe nun in Gesprächen mit seinen Kollegen aus den USA und Großbritannien wiederholt. Und inzwischen ist es so, dass der Generalleutnant Igor Kirilov, das ist der Chef der ABC-Schutzeinheiten der russischen Streitkräfte, erklärt hat, die Ukraine würde einen Einsatz vorbereiten, um Russland den Einsatz einer taktischen Kernwaffe zu unterstellen. Da sieht man, wie irre diese Ansichten sind, denn das ergibt keinerlei Sinn. Eine taktische Nuklearwaffe hat mindestens eine Sprengkraft von Hunderten, eher Tausenden Kilogramm TNT, also eine große Sprengkraft, die weit über eine LKW-Ladung Sprengstoff hinausgeht. Das heißt, ein Einsatz einer schmutzigen Bombe wäre allenfalls mit dem Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe zu verwechseln, wenn es alleine um die Strahlung geht. Aber auch hier wäre es normalerweise nicht verwechselbar, da die Isotope beim Zerfall einer Kernwaffe, einer Detonation einer Kernwaffe anders sind, in der Regel zumindest, als die, die für einen Einsatz einer schmutzigen Bombe verwendet werden würden. Gleichzeitig würden natürlich Satelliten erkennen können, wie groß die Detonation war, dass also die Ukraine ernsthaft überhaupt in der Lage wäre, irgendjemanden davon zu überzeugen, dass eine von ihr gezündete, schmutzige Bombe tatsächlich eine russische taktische Nuklearwaffe ist. Es ist absurd, bis dort hinaus völlig weltfremd und sodass man sich fragen muss, ob der Generalleutnant Igor Kirillov entweder keine Ahnung hat, wovon er redet, oder eben weiter unsinnige Erklärungen ausführt, die in sich noch nicht einmal Sinn geben, selbst wenn man glauben wollte, dass die Ukraine einen Einsatz von Kernwaffen planen würde. Also im Großen und Ganzen, um das zusammenzufassen, der Einsatz, ein ukrainischer Einsatz einer schmutzigen Bombe ergibt keinerlei Sinn, weder politisch noch militärisch. Dazu ist es extrem unwahrscheinlich, dass die Ukraine dazu überhaupt in der Lage ist, weil sie sich überwachen lässt von der internationalen Atomenergiebehörde und ein Verschwinden von nuklearem Material in nennenswerter Größe sehr zeitnah auffallen würde und nachweisbar wäre. Die Russen erklären es wahrscheinlich nur, um die Unterstützung der Ukraine im Westen abzuschwächen, da davon auszugehen ist, dass sie keinen Anlass benötigen, um Kernwaffen einzusetzen, wenn sie die Entscheidung dahingehend getroffen haben. Also zum jetzigen Zeitpunkt muss das klar als Informationskriegsführung eingeordnet werden. Ein tatsächlicher Einsatz scheint sehr unwahrscheinlich zu sein und ergibt eigentlich wenig Sinn. Von daher können Sie in dieser Hinsicht ein Stück weit beruhigt sein. Ich hoffe, das war interessant für Sie. Dieser Kanal ist nur möglich durch die Unterstützung von Zuschauern wie Ihnen. Mein herzliches Dankeschön an alle, die den Kanal bereits unterstützen. Und wenn auch Sie unterstützen möchten, dann finden Sie die Möglichkeiten dazu in der Beschreibung des Videos. Und ansonsten können Sie Ihren Kanal natürlich auch unterstützen durch einen Daumen hoch. Kommentieren Sie, glauben Sie, dass die Ukraine tatsächlich zu einem solchen Einsatz überhaupt willens und in der Lage wäre, der vor allem ihr eigenes Staatsgebiet verschmutzen würde? Und jede Diskussion darüber ist natürlich hochinteressant und hilft auch mit dem Algorithmus. Und wenn Sie noch nicht Abonnent sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren. Und vergessen Sie natürlich die Glocke nicht. Außerdem können Sie dem Kanal natürlich helfen, wenn Sie Ihnen Freunden und Bekannten weiterempfehlen, damit er weiter wachsen kann. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.